Clusterland Award 2017 Kategorie Das beste Kooperationsprojekt im Bereich branchenübergreifender Zusammenarbeit Gebäudesoftskills In diesem Projekt sollen die Wechselwirkungen zwischen Menschen und Gebäuden verdeutlicht werden. Im Baubereich etabliertes Wissen wird mit humanwissenschaftlichem Know-how ergänzt und verknüpft. Maßgeschneiderter Wissenstransfer eröffnet dem beteiligten Unternehmen neue Betätigungsfelder. Vertikale Anbausysteme für die urbane Lebensmittelproduktion Urbaner Gartenbau boomt. Vertikales Gärtnern liegt im Trend. In dieser Kooperation wurde ein innovatives, effektives und umfangreich getestetes Anbausystem für den urbanen Bereich entwickelt, das Anbauerfolge auch unter schwierigen Gegebenheiten sicherstellt, wie zum Beispiel urbane Balkon- oder Terrassengärten. Stop Waste, Save Food In diesem branchenübergreifenden Forschungsprojekt soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit neu entwickelte Lebensmittelverpackungs- und Lebensmittelverarbeitungslösungen, die nachweislich zu verbesserter Produktqualität, optimiertem Produktschutz und verlängerte Haltbarkeit führen, zu einer Reduktion von Lebensmittelabfällen beitragen können. WMA Weinviertler Mechatronik Akademie GmbH Durch die WMA soll dem Lehrlings- und Facharbeiterengpass im Fachbereich Mechatronik entgegengewirkt werden. Im Zentrum dieser Qualifizierungskooperation steht die Ausbildung von 26 orientierungslosen jungen Menschen in Zukunftstechnologien. Die Lehrlingsausbildung erfolgt in Kooperation mit dem AMS, dem BFI und dem WIFI Niederösterreich.